Was macht der Jannik Freestyle bei dem Bayern-Store? Ihr habt es im letzten Video erraten. Weil ich in München bin, bin ich auch mal zum Bayern-Gelände gefahren. Da gab es erstmal die ganzen Pokale. Ich bin dann auch mal in den Bayern-Store. Ich muss sagen, die haben schon coole Styles. Legende, Thomas Müller. Trikot von ihm hängt hier. Und bald gibt es vielleicht die nächste Challenge. Ein paar Skills dürfen auch nicht fehlen. Und direkt haben mich zwei von euch erkannt. Als nächstes probiere ich den Harry Kane nachzustellen. Ja, ist nur Luft nach oben. Fun Fact. Auf meinem Ball sind einfach zwei Unterschriften von Bayern-Spielern. Schreibt mal eure Meinung zu den Trikots-Need-Kommentaren. Welches von den drei feiert ihr da meist?